herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die wellenbrecher box von unantastbar alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung wellenbrecher von unantastbar das ganze am 28 august erschienen wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich rock jawohl es ist das achte album der band unantastbar wir haben hier eine metall box und bevor wir starten würde ich sagen machen wir mal als erstes die folie ab und zwar haben wir hier auf der seite eine schweißnaht die sich hier perfekt anbietet so und dann machen wir die mal ab so das ist die box was wir jetzt auf der folie noch drauf hatten war hier ein hinweis ein fsk 12 sticker der ist der dvd geschuldet und so sieht die box dann aus also wir haben hier eine schwarze recht große quadratische metall box dann auf der oberseite der deckel in grün gehalten also mit grünem aufdruck und zwar haben wir hier das von unantastbar und dieses besteht hier aus jede menge einzelnen elementen also in der mitte haben wir hier eine person die hier gerade ihre faust in den himmel streckt aber hier rundherum geht es echt heftig zur sache also hier haben wir unter anderem geldbündel dann so die masse der bevölkerung verbotstafeln atomkraftwerke dann hier so die hochhäuser die stehen so für das finanzzentrum für banken und dann haben wir auch noch den bullen passend zu aktien und börsen dann ja was haben wir hier entweder spiegel oder fernseher ein herz drogen ein junges sieht aus nach einem mädchen das hier am smartphone hängt ja also alles so mehr oder weniger negative sachen die das leben hier auf unserer erde so mit sich bringt darunter unantastbar wellenbrecher alle diese elemente also sowohl das uhr als auch die zwei schriftzüge unten sind geprägt kann man hier wirklich fühlen ansonsten rund um hier in diesem schwarz gehalten und auf der unterseite haben wir wellenbrecher limited edition plus den boxen halt aufgelistet so was erwartet uns hier wir haben hier einmal die geprägte blechbox digipack cd bonus dvd fahne snap cap also snap back cap wahrscheinlich drei sticker gewebter patch und eine unterschriebene autogramm karte ja da ist auf jeden fall eine menge darum runter noch die katalog nummer und ein barcode dann würde ich sagen schauen wir mal rein der box deckel ist abnehmbar moment gar nicht so einfach so aber jetzt so das ganze ist hier innen sogar noch verstärkt damit der deckel nicht immer so leicht zu einzudrücken ist das wollte ich euch gerade auf der rückseite diese prägung hier zeigen aber ich glaube wenn man es hier entsprechend ansieht man kann die prägung auch auf dieser seite sehen hier gibt es nichts zu sehen das ist blank silber und dann kommen wir zum boxinhalt so als erstes kommt uns hier entgegen die dvd die doku dvd dann natürlich das album an sich im digipack die unterschriebene autogramm karte im querformat dann die wunderbare kappe die snapback das ist dann wohl die fahne dann haben wir den gewebten patch und dann haben wir hier noch die drei sticker mit dabei ja jede menge inhalt von innen die box wir sehen können in silber packen wir mal wieder zusammen und dann geht es auch schon los so das album die fahne und die dvd kommen hier noch in folie werden wir mal hier befreien so fahne fahne kam dabei zur seite dann das album und die dvd so einmal hier aufschneiden und dann haben wir noch natürlich natürlich das album so wo bietet sich das an ja eventuell hier bei dieser schweißnaht ja wunderbar jetzt gleich nochmal nein gut dann doch oben so aber jetzt so damit geht es los bevor wir das ganze starten haben wir hier noch einen sticker und zwar hier zur wellenbrecher tour 2020 2021 das sind die dates ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher aber ich glaube dass die mittlerweile nicht mehr aktuell sind aber ich glaube 2020 wurden die dates alle abgesagt und dementsprechend ist die wellenbrecher tour dann voraussichtlich 2021 komplett ähm ja war natürlich dann als das ganze produziert wurde meines wissens dann nicht mehr so in der zeit machbar den sticker auszutauschen und ja ich glaube corona hat da vielen einen strich durch die rechnung gemacht gut wir starten immer mit dem album an sich kommt hier in einem digipack das cover ist auch so gehalten wie das auf der box nur eben hier rundum nicht ganz in schwarz sondern hier in so einem schwarz-grau sieht so ein bisschen aus wie so Asphalt oder wie Straße so unantastbar wellenbrecher rk 285 auf der rückseite haben wir dann die tracklist 17 tracks an der zahl die hier passenderweise zum albumtitel in wellenform hier aufgelistet sind und darunter haben wir dann noch die beteiligten die logos und natürlich wieder der barcode das ganze erschienen über rookies und kings natürlich auf der seite auch nochmal und dann schauen wir mal rein so als erstes gibt es hier die wellen dann hier die bandmitglieder alle fünf die stehen hier scheinbar bei einer rolltreppe und so sieht das ganze von innen aus also das gesamte artwork des albums in schwarz neon grün also die farbkombination knallt auf jeden fall dann kommen wir zum booklet so hier geht es los und was mich schon mal sehr freut wir haben hier die lyrics mit dabei also die einzelnen tracks hier wort für wort abgedruckt dann gibt es hier einzelne fotos der bandmitglieder weitere lyrics so zieht sich das jetzt durch also die einzelnen bandmitglieder mit name beziehungsweise mit spitznamen und funktion wunderbar und wieder lyrics und wieder fotos ja also so klassisches layout in dem sinne oh hier gibt es sogar mal ein farbfoto das ist auch das was die dann auf der autogrammkarte haben was wir dann dort finden werden weitere tracks weitere fotos so sieht das aus und zum abschluss nach den ganzen tracks haben wir hier noch eine credit ansammlung also alle personen die hier involviert waren die hier mitgewirkt haben und natürlich eine umfangreiche dankssagung ja so sieht das aus was lesen wir hier noch ihr lacht über mich weil ich anders bin ich lache über euch weil ihr alle gleich seid Kurt Cobain ja ein sehr passendes zitat gefällt mir gut so die album cd ist dann auch wieder in schwarz und neongrün sieht so aus und dann kommen wir zum nächsten inhalt und zwar zur dvd die kommt ja auch in so einem digipack hochformatig doku dvd unantastbar von ganz unten bis hierher hier haben wir den 12er den wir auch schon auf der box hatten allerdings hat man es hier geschafft oder nicht geschafft ihn mit einem sticker drauf zu machen sondern das wurde hier leider drauf gedruckt ja in meinen augen etwas schade um die optik aber ja so was sehen wir hier ein skelett das mit flammen umrahmt ist und dann sehen wir hier noch zwei alte fernseher ok unantastbar von ganz unten bis hierher dvd und hier gibt es jede menge zu sehen und zwar haben wir hier aufgenommen im rahmen der back to the root tour 2019 und dem gegen die stille festival 2019 also das sind tracks die hier live zu sehen sind und dann haben wir hier auch noch andere sachen mit dabei also unter anderem die video auskoppelungen zum aktuellen album wir sind die stimme vielen dank tausend gedanken tausend bilder und so weiter und so weiter also da gibt es echt einiges zu sehen so sieht das aus auch hier hat man ein booklet sehr schön so hier die infos zu dem ganzen also nochmal wer daran beteiligt war die ganzen credits und auch wieder eine dankssagung booklet im hochformat und nochmal die cracklist sehr schön so hier gibt es ja noch den sänger den jogel und natürlich die dvd so die kommt hier so sieht die aus also das cover hier auf der dvd drauf und das bucket packen wir wieder zurück in diese kleine stecktasche weiter geht's mit den nächsten inhalten und zwar haben wir hier mit dabei drei sticker einmal diesen sticker hier das bekannte unantastbar logo hier mit den flügeln und den totenköpfen 100 prozent punkrock dann die beiden sticker zum album einmal dieser hier der wellenbrecher sticker quadratisch und dann hier noch wir sind die stimme das cover der ersten single auskopplung also drei sticker zwei quadratisch und einmal die flügel dann der patch der ist gewebt sieht so aus in schwarz und neongrün also hier wieder das u kann man sich auf die kleidung auf den rucksack wo auch immer man möchte drauf machen so als nächstes haben wir eine autogrammkarte mit dabei alle fünf herrschaften hier abgebildet im querformat und alle fünf haben hier auch mit ihren spitznamen unterschrieben also joachim christian thomas matthias florian alle fünf sind hier mit drauf mit schwarzem stift unterschrieben und auf der rückseite sieht das ganze dann so aus gut weiter geht's mit der fahne die ist ziemlich groß ja natürlich ist sie das so die kommt natürlich auch wieder in diesem schwarz neongrün und zwar haben wir hier wieder riesengroß das u abgebildet darunter dann der schriftzug unantastbar in grün und in weiß darunter noch wellenbrecher und wir haben dann noch an allen vier ecken eins zwei drei und vier haben wir noch die ecken entsprechend verstärkt und mit metallösen vernäht also man kann es dann auch wirklich wie eine fahne verwenden und auf schnüre machen oder einfach an die wand hängen und jetzt würde mich noch interessieren ob wir hier irgendwo ein zettel haben bezüglich material oder herstellung aber ich kann hier aktuell nichts entdecken ok ja ich gehe mal davon aus die meisten fahnen sind hier aus 100 prozent polyester wird bei der wohl nicht groß anders sein gut packen wir die fahne wieder zusammen einmal zweimal hier zusammengelegt und dann kommen wir zum letzten boxinhalt und das ist dieser hier die cap die snapback cap natürlich auch wieder im artwerk also schwarz und neongrün hier das ist nicht aufgedruckt das ist hier wirklich aufgenäht so aufgestickt das u dann an der seite ebenfalls aufgestickt u a t b also das logo und ansonsten haben wir hinten dann snapback verschluss bedeutet man kann das hier entsprechend aufmachen und in der größe variabel anpassen von unten der schirm in schwarz so sieht das hier von innen aus also auch hier wieder unantastbar und hier lesen wir noch womit wir es zu tun haben unantastbar 100 prozent baumwolle und made in china ist die cap grüße geht raus gut das war es soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal die eben gezeigte cap die snapback cap in schwarz und neongrün dann die riesenfahne im querformat die unterschriebene autogrammkarte im querformat mit allen fünf unterschriften der patch zum album die drei sticker zweimal quadratisch einmal hier in der flügel optik die dvd im hochformatigen digipack und natürlich das album an sich wellenbrecher mit insgesamt 17 tracks ebenfalls im digipack jawohl das alles in dieser wunderbaren box wellenbrecher von unantastbar mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr unantastbar unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf ciao